Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gegeben war das bereits fertige, leere Gebäude sowie 80 historische Wohnwagen und Reisemobile. In den bestehenden Raum wurden der Alpenpass und eine Talabfahrt eingebaut, die das Erdgeschoss und das Obergeschoss verbinden. Mit den beiden spektakulären Alpenstraßen wird das Raumerlebnis kongruent zur Ausstellungsdramaturgie. Wie ein roter Faden führt die Traumstraße die Besucher zu speziellen Routen, spannenden Exponaten und geheimnisvollen Sehnsuchtsräumen, die weithin sichtbar sind. Als fröhliche, überdimensionierte Reisesouvenirs lassen sie das Museum selbst wie eine riesige Vitrine wirken. Die bunte Vielfalt der Ausstellungsstücke gewährt Einblicke in das mobile Reisen verschiedener Epochen. Gemütlichkeit auf engstem Raum und das Leben in freier Natur laden zum Entdecken und Mitmachen ein. Jede Generation hat ihre eigenen Traumziele und Sehnsuchtsorte. Ob nun das Strandgetümmel am Teutonengrill, die Erleuchtung in Indien oder die Weiten des Wilden Westens. Entlang der Traumstraße taucht der Besucher ein in Welten, die eigene Reiseerinnerungen wecken und Lust auf neue Reisen machen. Mit dem Wohnmobil oder in der Fantasie. Im Globusraum endet die Reise durch das Museum. Doch das Fernweh ist geweckt. Die Welt ist voller Reiseziele und Abenteuer. Heute genauso wie damals. Das Herz wird bis nun beimaire unkけustausste swimming und Quizzele ausgaben. Jedes Super non-lauternion und jeder Tag. Das ist schon bald ganz schön안進ībar. Gab es wieder auf den Leitungen nachdem? Rein mich in der Telefonstraße. Und wie matche ich die Einigung der Herdes assessment bin. Intel hat mich bei einer Prüzele estreuha place. Freizele ist Tyodo. Vielen Dank.